Hallo meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde heute ein Video machen, was sich sehr, sehr lange in den Livestreams gewünscht wurde. Und zwar geht es um den Lebensunterhalt in Thailand. Wie viel Geld braucht man, um hier zu leben? Von vornherein erstmal, wenn ihr euch fragt, warum hier ein Einkaufswagen steht, ich weiß es auch nicht. Ich werde mit euch auf ein paar Punkte eingehen, und zwar auf Wohnen, Verpflegung, Transport, Versicherungen, Visa und Freizeit. Ich werde auf die Unterhaltskosten oder auf die Lebenskosten in Bangkok eingehen. In Thailand gibt es natürlich einen großen Unterschied, ob du jetzt in Bangkok lebst, in Phuket lebst, ob du irgendwo ländlich lebst. Also ich werde jetzt quasi auf die Lebenserhaltungskosten in Bangkok eingehen. Ganz kurz zu mir, wer mich jetzt nicht von Twitch kennt, ich lebe jetzt seit ca. drei Jahren in Thailand. Davon, ich glaube, zwei Jahre in Phuket. Sagen wir mal anderthalb Jahre in Phuket, ein Jahr gereist und jetzt ein Dreivierteljahr in Bangkok. Ich werde vielleicht auch noch mal ein anderes Video machen zu Phuket und vielleicht auch zu der ländlichen Gegend, weil da gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Mein Cousin zum Beispiel, der wohnt im Isan. Wem das jetzt nichts sagt, das ist halt wirklich so eine Gegend, wo ganz wenig bis keine Touristen oder überhaupt Ausländer sind. Da sind natürlich deutlich, deutliche Unterschiede in Sachen, Preisen für Essen, Mieten etc. Aber ja, lass uns auf Bangkok eingehen. Ich gehe dabei von einer Single-Person aus, wobei man natürlich sagen muss, zum Beispiel eine Wohnung, wo ich jetzt drin wohne, könnte man auch als Pärchen drin wohnen. Aber jetzt, ich sage mal, Kosten mit zwei Kindern etc. sind natürlich nochmal andere, aber auf die kann ich jetzt auch nicht eingehen. Ich bin Single und ich gehe jetzt mal von Single-Dasein aus. Also ich würde sagen, wir fangen an mit Wohnen. Also hier in Bangkok ist es so, dass die meisten Ausländer in, ja ich sage mal, man nennt es hier Kondos. In Deutschland würde man es, oder ja in Europa nennt man es Mehrfamilienhäuser. Die sind eigentlich fast immer sehr, sehr modern hier. Und da liegt man immer so, das kommt halt auf die Gegend an. Ich bin hier auf der Sukhumvit Road, so die, ich würde sagen, bekannteste Straße in Bangkok. Hier sind die meisten Business-Zentren, hier sind die meisten Einkaufszentren. Hier ist so eigentlich fast alles. Und vor allen Dingen auch mehr Leute, die hier wohnen, anstatt jetzt, also du hast hier natürlich auch eine Menge Touristen. Aber hier sind eher so die Leute, die hier wohnen. So, ich lebe ein bisschen weiter draußen, weil, also es geht quasi von Sukhumvit 1 bis Sukhumvit 200 oder so. Ich bin jetzt in 50, das ist immer noch mit der Bahn 10 Minuten, 15 Minuten bis zur wirklichen Innen-Innen-Stadt. Ist aber immer noch eine relativ entspannte Gegend und auch ein bisschen günstiger. Ich bezahle hier für 43 Quadratmeter, glaube ich. Also es sind zwei Zimmer, ich werde da dann Bilder mal zu einblenden. Zwei Zimmer, eine kleine Küchenzeile in den Kühlschrank, ein Esstisch, ein Sofa hier hinter mir. Und wo ich eben hier sitze. Ein kleiner Balkon da und ein separates Schlafzimmer mit Badezimmer. Aber alles halt sehr, sehr klein gehalten. Also ich sage ja gerade, 40, 43 Quadratmeter ist nicht viel. Bezahle hierfür aber bei einem Halbjahresvertrag 9500 Bart pro Monat. Bei einem Jahresvertrag wäre man nochmal ein bisschen günstiger. Plus ich habe circa Stromkosten von 2000 Bart im Monat. Auch da kommt es natürlich auf die individuelle Person an. Benutzt du viel die Klimaanlage oder nicht? Wie gut sind die, wie alt und neu sind die Klimaanlagen? Ja, also da, das wären jetzt meine Kosten. Als Single würde ich sagen, kommt es darauf an, wie du leben möchtest, wie viel Luxus du brauchst, ob dir ein Zimmer reicht. Also hier in der Gegend gibt es auch Apartments für so 6.000, 7.000 Bart. Das ist dann halt nur ein Zimmer mit Bart und einer kleinen Küchenteile, aber nichts Getrenntes so. Mir war es halt wichtig, da ich ein bisschen getrennt habe, das Ganze. Aber man kann zum Beispiel auch ein bisschen weiter zentraler wohnen, wie jetzt zum Beispiel zwei von meinen Kollegen. Die wohnen in Eckermai. Das ist dann, das ist nochmal 10 Minuten oder 5 Minuten näher Richtung Innenstadt. Da bezahlt man dann so um die 15.000 bis 20.000 Bart für eine Single-Wohnung. Ich sage mal, man muss zwischen, als Single zwischen 7.000 und 25.000 Bart pro Monat für eine Wohnung einrechnen. Alles darüber ist dann halt Luxus, sage ich mal. Da geht es dann um größere Dinge etc. Also ich sage mal, für so 20.000 Bart im Monat bekommt man ein schönes Apartment, so 55 Quadratmeter, wo man dann meistens auch einen Pool hat. Also jetzt nicht in seinem Apartment, sondern einen geteilten Pool. Oftmals auch ein Fitnessstudio. Ich werde da einfach mal ein paar Bilder von zum Beispiel meinem Kumpel Gecko einblenden, der dort für nur 15.000 Bart wohnt. Aber der hat die Wohnung auch unmöbliert übernommen. Man bezahlt in Thailand bei diesen Apartments meistens für Möblierung. Also wenn man Möbel haben möchte schon, dann bezahlt man da für einen monatlichen Preis. Meine Wohnung, wenn ich die unmöbliert hier nehmen würde, würde ich tatsächlich im Monat nochmal 2.000 Bart sparen. Auf einer langen Sicht macht das Sinn, das unmöbliert zu nehmen und sich dann einfach die Möbel selber zu kaufen. Da ich aber meistens nach einem Jahr dann auch immer wieder umziehe, lohnt sich das schon, wenn man das einfach so möbliert nimmt. Weil man kann es ja dann auch immer schwierig mitnehmen zu einer neuen Wohnung. Genau. Das würde ich sagen, ist so das Wohnen. Dann kommen wir zur Verpflegung. Das ist auch wieder eine, also es ist alles von vornherein sehr, sehr typenabhängig. Und wie gestaltest du dein Leben? Aber ich gehe hier von mir aus. Ich gehe immer außerhalb essen eigentlich oder bestelle mir. Ich koche nicht. Ich kann nicht kochen und ich habe auch keinen Bock zu kochen und den Luxus gönne ich mir. Und da sollte man so pro Tag circa 10 Euro an Mahlzeiten einrechnen. Also so 360 Bart circa. Das kommt aber dann, wie gesagt, auch darauf an. Isst du eher ausländisches Essen, also europäisches? Isst du Thai-Essen? Kannst du auch nochmal günstiger sein? Genau. Da würde ich einfach eine Spannweite zwischen 200 Bart und 500 Bart pro Tag sagen. Dann kommen wir zum Transport. Da gehen wir jetzt speziell auf Bangkok mal ein. In Bangkok ist man eigentlich nicht auf Auto oder Roller angewiesen, weil man hier die Hochbahn hat plus die U-Bahn plus Taxis und es lohnt sich eigentlich fast gar nicht, selber irgendwie was zu besitzen. Also ich sage mal, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt, sollte man dafür pro Monat so 200 Euro einrechnen. je nachdem, wie viel man eben hin und her muss. Sagen wir, wir haben ein Auto oder du besitzt ein Auto, musst du mit Versicherungskosten von circa, kommt darauf an, ob du sozusagen eine Teilkasko nimmst oder eine Vollkasko oder liegst du zwischen 3000 bis 10.000 Bart pro Jahr bei einem normalen Standardauto, jetzt keinem Luxusauto. Dann kommen wir zu den Versicherungen. Ich bin 25 Jahre und es gibt halt ein paar, es gibt verschiedene Möglichkeiten in Thailand. Vor allen Dingen in den ersten zwei Jahren kann man noch deutlich günstigere Auslandskrankenversicherungen verwenden, wo man dann so bei 30, 40 Euro teilweise günstiger im Monat liegt, die alles abdecken, wo man auch zu privaten Krankenhäusern gehen kann. Nach zwei Jahren ist das aber meistens nicht mehr möglich, da muss man dann auf sogenannte Expertversicherungen oder internationale Versicherungen umsteigen. Und da gibt es halt eben diesen Unterschied, es gibt einmal die International Versicherungen, die gelten dann weltweit. So, damit kannst du weltweit in Privatkrankenhäuser gehen. Bei meinem Alter bin ich dabei ca. 200 bis 250 Euro im Monat, kann damit aber jedes Privatkrankenhaus in Thailand besuchen, habe unter anderem Vorteile, wie wenn ich auf der Intensivstation bin, etc., kann ich zwei meiner Familienmitglieder einfliegen lassen, mit Business Class und mit dem nächstmöglichen Flug. Und solche Vorteile und die Privatkrankenhäuser in Thailand, würde ich behaupten, sind besser wie jedes deutsche Krankenhaus. Dann gibt es die Möglichkeit, sich auch einfach nur in Thailand zu versichern. Das hängt natürlich dann auch davon ab, bist du nur in Thailand oder bist auch viel im Ausland. Ich bin halt auch viel im Ausland unterwegs, deswegen macht für mich diese internationale einfach mehr Sinn. Aber wenn man sagt, okay, man ist wirklich fest hier in Thailand, man ist vielleicht nur mal zwei Wochen im Urlaub oder drei Wochen im Urlaub in einem anderen Land, dann macht es halt eben auch Sinn, einfach eine lokale Versicherung abzuschließen, die, wenn man nur Teilkrankenhäuser möchte, deutlich, deutlich günstiger sein kann. Also da kann man auch gut und gerne was für 20 Euro im Monat finden. Da gibt es dann natürlich auch Upgrades auf Versicherungen, wo man dann auch Privatkrankenhäuser benutzen kann, etc. Gilt dann aber eben nur in Thailand. Und das wäre aber deutlich günstiger. Also da kann man dann auch gut und gerne mit 50, 60 Euro im Monat hinkommen als Ausländer. Thais selber zum Beispiel haben eine automatische, ja so die notwendigste Krankenversicherung. Sobald die arbeiten, haben die halt wie in Deutschland so eine gewisse Grundabsicherung da. Aber die gilt halt eben auch nur für die günstigsten Krankenhäuser. Ja, das dazu. Das, wie gesagt, ist aber auch ein Riesenunterschied in Sachen Alter, etc. Zum Beispiel meine Mutter, die ist jetzt 61 Jahre alt. Bei der würde dieselbe Versicherung für mich, die ich jetzt habe, schon 450 Euro pro Monat kosten. Das habe ich extra schon mal erfragt. Sie könnte aber jederzeit einsteigen in diese Versicherung. Also, ja, solange sie keine großen Vorerkrankungen halt eben hat. Also wenn sie jetzt irgendwie Krebs hätte, dann ist das obvious nicht möglich. Da gibt es ja auch wieder verschiedenste Anbieter. Also bei mir läuft das quasi über die Allianz Group. Die haben da so extra Auslandspakete. Also tatsächlich über eine deutsche Versicherung oder eine deutsche Versicherungsgruppe. Aber da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt auch MSH zum Beispiel, heißen die, glaube ich. Das ist dann eher eine internationale. Die sind jetzt nicht in Deutschland ansässig. Ja, da muss jeder selber gucken. Dann kommen wir zum Visa. Visa, das ist auch wieder leider Gottes sehr verschieden. Wir reden jetzt mal von den Anfangswiesen. Sei es ein Studentenvisa, sei es ein Sprachvisum oder sei es ein Work Permit. Da liegen wir immer ungefähr so um die 50.000 Bar im Jahr. Bei diesen drei Varianten, das ist ein Jahreswiesen. Wobei man sagen muss, dass das Work Permit zum Beispiel, wenn man hier für eine Firma arbeitet, in den meisten Fällen von den Betrieben übernommen wird. Das heißt, da hätte man dann keine Kosten. Wenn man jetzt ein Sprachvisum macht etc., muss man das halt eben selber bezahlen. Dann kommt noch hinzu, also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel von Elite-Wiesen. Da kann man dann 5 bis 20 Jahre in Thailand Visa bekommen. Da sind wir dann eher schon in Bereichen von für 5 Jahre mittlerweile, ich glaube 30.000, 40.000 Euro. Das macht halt eher Sinn, wenn man wirklich sicher ist, dass man hier bleiben möchte. Ansonsten gibt es halt eben Heiratswiesen, falls man hier eine Frau heiratet. Es gibt das Non-O heißt es glaube ich, Visa, wenn man zum Beispiel ein Kind hat. Hier, das sind alles Wiesen, die dann quasi immer jahresweise verlängert werden müssen. Das Non-O zum Beispiel, ich möchte nichts falsch sagen, ich glaube es heißt Non-O ist das, wo man eben ein Kind hat. Da muss man eben 400.000 Baht auf seinem Konto nachweisen und kann dann darüber sich das Visa besorgen, was dann aber auch relativ kostengünstig ist. Also wie gesagt, Visa ist sehr, sehr abhängig, was man hier halt auch macht und so. Es gibt auch Investoren, Visas etc. Da bekommt man dann teilweise 10-Jahres-Visa, wenn man zum Beispiel hier für, ich glaube mindestens 200.000 Euro investiert in gewisse Aktien vom Staat etc. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt, der Freizeit. Ich kann es nur wieder sagen, es ist sehr, sehr personenabhängig. Ich persönlich gebe sehr, sehr viel für meine Freizeit aus. Ich bin ein sogenanntes, ich würde es jetzt mal nennen, Lebemann. Es gibt Leute, die brauchen für die Freizeit 5000 Baht pro Monat. Das würde ich jetzt mal so als Minimum anrechnen, vor allen Dingen in Bangkok. Es gibt Leute, die brauchen 20.000, 30.000. Also bei mir sind die reinen freizeitlichen Kosten wahrscheinlich eher so bei 20.000 Baht. Ja, weil ich halt, also ich bin jung, ich gehe gerne Party machen und gerade das ist in Thailand, weil ja immer viele dieses Vorurteil haben, Thailand günstig, alles günstig etc. Ja, Thailand kann günstig sein. Wir reden ja aber von Bangkok, das ist eine Großstadt. Du hast hier alle Möglichkeiten. Du kannst hier japanisch essen, chinesisch essen, italienisch essen. Du kannst in absolute High-Society-Clubs gehen. Du kannst in Billig-Clubs gehen. Du kannst in Puffs gehen. Du kannst in verschiedenste Etablissements gehen. Also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Du kannst auf einer wunderschönen Rooftop-Bar essen gehen. Du kannst drei Frauen haben. Du kannst auch nur eine haben. Du kannst auch keine haben. Also freizeittechnisch sind hier, sage ich mal, keine Grenzen gesetzt. Aber ich würde jetzt einfach mal für den normalen Typen, der zweimal im Monat ausgeht und vielleicht auch mal ein bisschen die Sau rauslässt und dann eben so immer noch mal in den Park geht, vielleicht mal ins Kino, würde ich jetzt einfach mal so 15.000 Bart anrechnen. Ich persönlich sage auch immer, man braucht ungefähr dasselbe oder man sollte vor allem in einer Stadt wie Bangkok oder auch in Phuket, da gehe ich aber noch mal in einem anderen Video drauf ein, sollte man meiner Meinung nach immer dasselbe Geld, was man zum Leben braucht, in seinem Heimatland, also zum Beispiel Deutschland, sollte man für hier auch einrechnen, weil man eben vielleicht auch noch mal höhere Visa und Versicherungskosten hat. Aber ich sage immer, man hat dann aber auch einen um 50% gesteigerten Lebensstandard. Das heißt, du kannst auswärts essen gehen und solche Dinge eben. Oder hast vielleicht auch eine, also wenn wir jetzt mal von einer Wohnung ausgehen in München, die halt irgendwie 1200 Euro kostet, wo du dann irgendwie 50 Quadratmeter hast, für 1200 Euro bekommst du hier halt schon 1200 Euro sind 45.000 Baht oder was, bekommst du hier ein sehr, sehr schönes Apartment mit Pool noch nebenan und einem schönen Fitness etc. mit Rooftop, ich sage mal auch so um die 80 Quadratmeter. Also die Lebens für dasselbe Geld in Deutschland, wenn du das hier ausgibst, bekommst du halt einfach noch mal etwas mehr Lebensstandard, einen höheren Lebensstandard. Genau. Ja, das würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen ein bisschen helfen oder ein bisschen einen Eindruck geben. Wie gesagt, das ist sehr, sehr persönlich. Das kommt sehr auf dich selber an. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, wie es zum Beispiel auf der eher lokalen Seite Thailands ist, wo wirklich weniger Ausländer sind, wo dann die Preise halt auch deutlich günstiger sind. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und lasst ein Like da, ein Abo und schreibt gerne was in die Kommentare. Ich lese mir das Ganze durch, gebe euch da gerne Antworten und Kuss geht raus. Bye, bye.